Hier präsentieren wir die 5 beste Gurtenhubel-Test. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Görnerwelle Waffelpowerline Gemüseschneider Der Bornawe Waffelpowerline Gurkenhubel ist ein einfacher, aber einzigartiger Gurkenhubel. Die Materialien sind ungiftig und können von allen Haushaltsmitgliedern verwendet werden. Vor allem der wellenförmige Schnitt kann Kinder zum Gurkenverzehr animieren. Borna ist ein deutscher Hersteller, der großen Wert auf hochwertige Materialien legt. Die Kunden sind von der Qualität und dem dreistufigen Einstellverfahren überzeugt. Die Klingen sind rasiermesserscharf und die Reinigung ist ein Kinderspiel. Er erfüllt seine Aufgabe und ist für jede Küche geeignet. Nummer 4. Rösele Hobel mit V-Klinge Hochwertiger V-Hobel für Gemüse wie Gurken oder Tomaten. Mit dem Gurkenschneider mit V-Klinge hat Rösele einen Gurkenschneider, der einfach in der Form ist, aber hervorragend schneidet. Die V-Klinge erfordert weniger Kraftaufwand, um die Gurke zu schneiden, und das Ergebnis ist sauber. Der Gurkenhobel besteht aus rostfreiem Stahl und ist daher leicht zu reinigen und langlebig. Rösele garantiert eine sichere und effiziente Arbeitsumgebung. Außerdem sorgt Edelstahl für Geschmacks- und Geruchsneutralität. Die Kundenrezensionen machen deutlich, dass es sich um ein Produkt handelt, das man kaufen sollte. Sie müssen kaum arbeiten und erhalten dank der scharfen Edelstahl-Klingen einen gleichmäßigen Gurkenschneider. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Philips HR 1388 80 Viva Collection Salat Zubereiter und Zerkleinerer Mit dem Philips HR 1388 80 Salathersteller und Zerkleinerer ist das Schneiden von Gurken ein Kinderspiel. Dank des großen Lochs fallen die Scheiben direkt in die Schüssel. Die Klinge aus rostfreiem Stahl und der leistungsstarke Motor sorgen für einen beeindruckenden Schneide-Effekt. Durch das Einsetzen einer anderen Scheibe in den elektrischen Gurkenschneider können Sie die Form und Größe verändern. Das Gerät wird von den Käufern als wichtiges Hilfsmittel zum schnellen Schneiden dickerer Gurken angesehen. Der elektrische Gurkenschneider leistet bei jeder Art von Gurten hervorragende Arbeit. Nummer 2. MLGA Gemüsehobel Mandolinenschneider MLGA bietet mit dem MLGA Mandolinenhobel, Multifunktionsgurkenhobel aus Edelstahl, einen multifunktionalen Gurkenhobel an. Die Klinge kann durch Ihre verstellbare Dicke verändert werden. So können Sie Scheiben mit einer Dicke von einem Millimeter bis ein Zentimeter schneiden. Spülmaschinenfest und mit einem rostfreien Gurkenhobel auf dem Weg. Die Käufer bevorzugen MLGA wegen der hohen Qualität seiner Produkte. Außerdem verfügt dieser Gurkenhobel über einen Handschutz, der vor Verletzungen schützt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Roto Basic Gemüsehobel mit Metallklinge. Unter den Gurkenhobeln ist der Mandolinengemüsehobel mit Fautklinge von Chefs Inspirations das absolute Multitalent. Mit den 6 verschiedenen Klingen einsetzen lassen sich unterschiedlich dicke Scheiben schneiden. Außerdem ist er mit einem Anti-Rutsch-System ausgestattet und kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Laut Hersteller spart das Gerät nicht nur Zeit, sondern ist dank des Edelstahlrahmens auch ein langlebiger Gurkenschneider. Käufer loben vor allem die guten, scharfen Messerklingen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.